Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 13. Mensch, da haben wir ja jetzt gestern schon die Hälfte rum gehabt. Wahnsinn. Und ja, heute habe ich ein paar Facts und Fun Facts über Köln für euch. Als erstes, Köln ist eine der ältesten Städte Deutschlands und heute die viertgrößte Stadt in Deutschland. In Köln, im Rheimpark, gibt es einen Schnullerbaum, an dem kleine Kinder ihren Schnuller loswerden können. Und außerdem hat Köln die einzige Palmenallee in Deutschland, die ist in der Flora, zu finden. Der Bau des Kölner Doms hat 623 Jahre gedauert. Würde man ihn heute noch einmal bauen, würde das ganze sagenhafte 10 Milliarden Euro kosten. Und ja, Eau de Cologne war ursprünglich ein Pestmittel. Und die Firma Farina trägt ja dieses 4711. Das war die Hausnummer der Firma in der Glockengasse in Köln, wo es ja auch heute immer noch ist. Das war es schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.